und ich komme zum zweiten Part der Werner kann jetzt weitergehen Fight 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 Hard das hat ein bisschen lang gedauert aber ich ja egal wir fehlen nur noch 3 1000 und noch was aber immer noch was am Abend Kurschmann die Halle geben die 60.000 60.000 Stufen nun sie doch sie sind sonst immer schwarz ist wo er mit 8 die Schmerzen so viel vorgelegt wird mit dem nächsten Verlämn und 40 Abenteuerlos Kurs ist ganz erschaffen bis zum nächsten Tag Koma Strasse dort in der Munde erwarten 10 Minuten war das nun so ist es uns nicht 20 Prozent und nicht in den Wagen und 40 und 3 3 wollen die Lieblingsfluss die Entschuldigung und zwei Bildern aber auch alle siehst du endlich mal ein gutes Leben jetzt Städtchen weg noch ein die Gäste ist frei das lieben ja wir müssen kurzer Part 3 Minuten Partnum die Dauer reich wird an die Kraft machen kann und Kultus und Folgendes 2 die in die Schleifte zu besitzen mit auf den Söchern nichts zu bieten das kann Postkupfung Akku und Posten und Schreien kommt schon im Markt Köln Schilling Schilling Betreff Dringen Margest Wenn du diese aufricht liest Bitte, durch, durch, einen Ballen. Bitte, 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 durch, einen Ballen. E-Mail. Ah, kann man, kann man löschen. Gut. Jet-Signal abspielen. Kein. Was die damit meinen? Kein Bild. Das sieht schlecht aus. Hallo. Okay. Okay. Gilde. Gilde. Also, Gilden kann man ab 10 Gold gründen, aber das will ich jetzt nicht. Ich will keine Gilde gründen. Ich will nur eine einsteigen, die sehr, sehr gut ist. Schoko-Rotten-Waffenladen. Da kommt's ne Kacke. Zauberlädchen. Aha, ein Tränklein. Ach, geil. Egal, lass den durch. Schmal. Bebebebe. Trinken. So, krink. Plus 2 Ausdauer. Nee. Boah, sieht alles nur so teuer. Plus gestärkt. Nee, darf ich das mal. Schloss was trinken. auch aus dem Schillig Fall zu Joachim oder alt 7 FF Games Name Schilling du darfst und du die Nachricht Also wenn du die Nachricht erhalten hast, dann bin ich sehr froh und hoffe, dass du mich einlärst. Wenn du sie nicht erhalten, dann werde ich sie dir in den nächsten Part noch mal aufschreiben. Also aufsagen, wie gesagt. Und dann, ne? Jo, ich glaube, ich mache doch besser Schluss. Sonst ist es gleich mein Speicherlehrer und dann habe ich geklappt. Ich muss in der Mitte aufschreiben. Tschüss.